Wir haben Ihnen gesagt, dass es riskant ist. Sie haben mir auch gesagt, dass ich die ganze Zeit absoluten Schutz erhalten werde. Wenn Cyrix Waffentechnologien verkauft, werden uns diese Diskette und Ihre Zeugenaussage dabei helfen, alle Beteiligten hinter Gitter zu bringen. Sie haben unserem Land einen großen Dienst erwiesen bis kaum. Jetzt müssen wir über Ihre Sicherheit nachdenken. Special Agent John Kruger. Er sorgt für Ihre persönliche Sicherheit. Es gibt ein Problem. Diese Frau ist noch am Leben. Na, kommt damit hin! Sein Codename lautet Eraser. Sie sind in einer extrem gefährlichen Lage, Miss Kalm. Warum hat Ihnen das niemand erklärt? Die einzige Chance, einer Zeugin eine Zukunft zu geben, besteht darin, Ihre Vergangenheit auszulöschen. Ihr neuer Name ist Deborah Elliot. Kennen Sie das Signal? Ja, bei 911 verlasse ich sofort die Wohnung. Ich arbeite immer allein. Also wenn jemand mit dem Spruch kommt, dass ich ihn geschickt habe, erschießen Sie ihn. Die Diskette, die Frau, die Waffen. Morgen früh wird es sie nicht mehr geben. Jede Person, die die Wahrheit kennt... Waffenverkäufer im Wert von 52 Millionen Dollar... ...ist tot. Am Ende wird keiner von Ihnen übrig sein. Außer der einen, die von ihm beschützt wird. Sie sind noch am Leben. Ich sorge dafür, dass Sie es bleiben. Vertrauen Sie mir. Arnold Schwarzenegger. Ihr Freund ist angekommen. Ich werde Sie gern mit ihm bekannt machen. Eraser. Komm und hol mich.